schön dass ihr wieder mit dabei seid in meinem kleinen beschaulichen steine studio ja heute machen wir eine reise in die jura beziehungsweise kreidezeit ich bin mir dann nicht mehr ganz so sicher und zwar schauen wir uns heute mal ein dinosaurier ich denke mal einer mit der berühmten berüchtigsten dinosaurier die wir so in den letzten jahrzehnten ausgegraben haben und zwar den t-rex jeder kennt ihn jeder kennt jurassic park und oder zumindest die meisten jeder vielleicht nicht auch unbedingt aber der t-rex ist natürlich der dinosaurier bei kindern natürlich meistens der gefeiertste weil er ist groß kräftig und richtig gefräßig und natürlich furchteinflößend aber das ist dieses ding diesmal nicht denn er ist nur aus klemmbaustein ich habe hier diesen schönen bekanntlichen braunen karton ihr kennt es und zwar geht es hier um die firma panlos die firma panlos hat ein dinosaurier aufgelegt ich nicht nur ein es gibt noch einen andere davon und ich glaube sie haben auch etwas kleinere varianten denn dieses exemplar ist nicht nur früher groß gewesen nein er ist auch als klemmbaustein variante nicht gerade klein wir sprechen hier von 1821 teile summa summarum nagelt mich jetzt nicht darauf fest daten blende später gleich noch mal ein und ja das ist natürlich schon ein irrsinniges ding er ist glaube ich in der gesamtlänge bis zu 70 zentimeter lang also das ist so 70 zentimeter das sind 80 zentimeter die matte also er ist er wird größer und ja ich fand ihn einfach mal ganz cool zum ausprobieren klar ist das natürlich jetzt keine variante die hier in meinem steine studio verbleiben wird der wird an meine kinder gehen den gebe ich meinem etwas größeren sohn der wird sich den dann in sein regal stellen können und ihn begutachten und hoffentlich werden die kleinen brüder ihn nicht auseinander nehmen und zerpflücken das wäre schade aber mein gott dann bauen wir wieder zusammen ja so sieht er halt aus einmal nochmal von der seite und nochmal von der rückseite er steht auf einer schönen baseplate die man ja die man selber baut aus steinen so wie das aussieht er hat ein kleines typen schild mit seinen daten drauf und ja und ich fand ihn auch von der steine variante her mit zwei verschiedenen braunen tönen dark brown normales braun ja normal tanne farben grau ich weiß nicht ob es light blues gray ist oder so wir werden sehen auf jeden fall ist es in meinen augen ein schönes set ja und und das sind die beiden beutel also wir haben hier wie gesagt 1820 teile sagen was jetzt mal so die wollen erst mal wieder verklemmt werden und das wird spannend ich freue mich schon ich habe total bock drauf dieses ding zu bauen mal was ganz anderes ich habe ja noch kein tier gebaut meines wissens nur raumschiffe häuser autos motorräder ja jetzt baue ich mal ein dinosaurier why not ja ich würde sagen ihr kennt das spiel ich hole euch jetzt wieder einen tisch ran dann sortiere ich mir in der zeit mal gerade hier den ersten beutel vorgucke wie wir da bauabschnitte haben und dann zeige ich euch mal einmal die anleitung nochmal von namen ja und dann legen wir los mit bauen und hoffentlich haben wir gemeinsam viel spaß ich freue mich dass ihr wieder mit dabei seid wünsche euch viel spaß bis gleich so schauen wir uns noch mal an was wir hier alles so gefunden haben also wir haben ja einmal diese karte von panlos also irgendwie eine service card garantie card sonstiges wo man vermutlich mal fehlteile sich nachordern kann was gehe ich mal davon aus nur in japan funktioniert ansonsten ist es halt einfach nur ein pappkärtchen ja dann haben wir hier also diese schöne anleitung fühlt sich sehr hochwertig an klammer gebunden ja set nummer 611 001 hatte ich vorhin glaube ich gar nicht gesagt ja hier oben haben wir dann nochmal dieses panlos brick collection und eben den schönen dino den wir bauen so jetzt habe ich gerade im faden verloren genau ja hier kann man ja so mal sehen es ist also auch teilweise beweglich der schwanz den kopf die füße die kleinen ärmchen man kann ihn also auch positionieren wie man das ganz gerne für sich hätte so wie es aussieht da bin ich mal gespannt wie stabil das dann wirklich so ist vom körpergewicht her und dann gucken wir mal ja so sieht die bauanleitung von innen aus erste seite wir fangen also mit dem bauabschnitt 1 an wir haben sechs bauabschnitt insgesamt wir bauen die sockelplatte wo er darauf zu stehen kommt wir haben hier wieder die teile die benötigt werden das typische wie man es kennt aber pro seite auch wieder viel zu tun also es ist nicht ein zwei drei teile pro seite sondern wie wir sehen ist hier schon einiges was an bauschritten auf einer seite uns abverlangt wird und von daher ein bisschen action finde ich ganz gut muss man nicht ganz so oft blättern weil sonst ist man immer ja blätter 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 und dann ist man irgendwie fünf teile weiter ja hier haben wir die riesige teile liste dabei was alles in welchen mengen vorhanden sein sollte irgendwie gibt es aber auch keine teile nummern sondern nur die anzahl der teile könnte dann natürlich beim nachbestellen schwierig werden oder man muss halt auf das teil direkt drauf gucken nur wenn es nicht dabei sein sollte habe ich natürlich auch keine nummer komisch gut so sieht er dann aus wenn man fertig haben bei seite 63 da sieht man es halt da jetzt komplett gerade gebaut und so weiter und so fort ja das ist dann also die anleitung gewesen und da sehen wir schon die vier tellerchen mit den steinen ich bin froh und überrascht und freue mich und alles zugleich denn wir haben sogar ein kleines bedrucktes schild ich hatte es ja eben schon erwähnt das ist das schöne bei partners die machen viel mit drucken es gibt auch aufkleber dabei ja aber hier dieses schild und gerade bei solchen präsentations schildern finde ich das gar nicht mal so verkehrt und sollte da auch eigentlich immer so gemacht werden dass man sie beklebt vor allem bei hochwertigen teuren sets ja sollten da keine aufkleber drauf sondern da muss es eigentlich standard sein in meinen augen dass man solche schilder ja mit einem druck sieht sieht ganz gut aus wir haben hier wirklich die daten drauf das heißt die höhe von 5,2 metern wir haben das gewicht von 8,4 tonnen länge von 13,5 meter ja und er war ein carnivore also ein fleischfresser ja das ist also das schild ja dann haben wir hier so ein paar panele dabei die sehen so aus ja wir haben leichte kratzer drauf na fokus komm her heute will er nicht so wirklich heute will er nicht in sein kind ansonsten klemmkraft ist super ja dann haben wir hier noch ein schädchen mit ein bisschen grünzeug für unseren fleischfresser das ist dann wenigstens nicht abgenagt und hier noch ein paar steine und hier noch ein paar steine also jetzt nichts weltbewegendes ist es halt nur erstmal der schwarze sockel ja ich fange an baue das ding und melde mich gleich zurück so das war der erste baubschnitt der sockel ist soweit zu ende wir haben ein drehbares typen schild das kann man sich ja in die richtung drehen wo man es gerne hin hätte und auch noch von der neigung her wenn man nicht will dass sich das dreht dann kann man das hier hinten nochmal ab machen und nach ganz oben setzen dann guckt das hier unten tiefer runter das habe ich eben mal probiert dann sitzt das hier vor der schräge dann kann es nur so ein bisschen hin und her das muss ich mal gucken wie wir das machen ansonsten ist es halt hier vorne dran dann haben wir hier so ein bisschen felslandschaft angedeutet und auf beiden seiten und halt eine große plattform also das ist schon nicht ohne ich denke mal hier werden wir wahrscheinlich zwei noppen für die befestigung wo man den so ein bisschen darauf fixieren kann den t-rex später und dann schauen wir mal von unten sieht das ganze so aus und von daher ja eigentlich nichts besonderes da habe ich jetzt schon den zweiten bauabschnitt raus sortiert ich habe ihr seht jetzt nur vier teller es sind aber insgesamt sechs teller und ja damit fangen wir jetzt an wir gucken mal und zwar bauen wir so wie es aussieht ein stück von dem corpus delicti also machen wir mal weiter so bauabschnitt zwei ist soweit fertig wir haben hier einen massiven block in der hand also das ist schon vernünftig gebaut wir haben nicht überall nur hohlräume es ist teilweise unten auch massiver bau also das ist schon wirklich nicht verkehrt wir haben auch hier ich vermute mal den halsbereich oder den schwanzbereich wobei hier das vielleicht auch der schwanzbereich werden könnte ich weiß nicht wir werden sehen und dann haben wir halt hier auf der seite schon die ersten slopes verbaut in mixtonen von den verschiedenen brauntönen gucken mal dass wir hier was ist eigentlich heute los mit der kamera ja sieht eigentlich schon mal ganz cool aus also mir gefällt es bisher sehr gut es ist wirklich auch diese gelenke hier drin also die haben wirklich guten widerstand also ich kann das auch hier dran halten und schütteln ihr seht das muss ich schon richtig doll machen also man kann vermutlich ganz gut den saurier auch verstellen ohne dass das durchs gewicht nach gibt aber das werden wir dann zum schluss sehen ja so wird das dann aus der also die seite hatte ich euch gerade gezeigt das wird jetzt langsam zugeplankt so sieht es jetzt auf der seite noch aus und ja von daher dass sie unten drunter kann ich da erstmal nicht mehr kann bauspaß ist auf jeden fall vorhanden und ja klemmkraft der steine ist super gut also wirklich das ist ja ich glaube auch dass das die steine von von gobrick sind wieder für meine freunde der steine nummern da könnt ihr mal gucken obwohl das sagt mir auch schon wieder nichts pa und dann 0 0 42 0 7 0 7 wird die farbe sein 0 0 42 ist die bauform ja unter minus 1 ja p minus a weiß nicht pandos aber wir haben halt hier diesen kleinen angusspunkt ist eine tolle steine qualität kann man nicht anders sagen ja wir gucken mal wie es weitergeht mit dem dritten war abschnitt das ist jetzt das das heißt wir kriegen die kleinen ärmchen und auch schon die rumpf verkleidung und seine schuppen haut wie auch immer also würde ich sagen legen wir los so baubschnitt 3 ist auch soweit fertig hier ist der körper mit seinen kleinen ärmchen das ding ist echt massiv gebaut das liegt auch schon einiges das teil und von der bauvariante mit den ganzen slopes sehr schön gemacht sehr schön verkleidet auch allein diese halspartie gefällt mir sehr gut das läuft hier schon durch wenig spaltmaß machten sehr sehr guten eindruck ist ein echt tolles tolles teil so jetzt zeige ich euch mal was und zwar habe ich das hier noch offen die hüfte sozusagen und da sitzt jetzt schon das teil drin und das ist sehr sehr gut gebaut da kommen ja die dicken beine dran und damit das diesen kipppunkt in dem man hier vorne hat halten kann ihr seht ich halte das jetzt nur daran das ist ein gelenk ja also das ist schon sehr gut man kann es aber drehen wie man sieht kann man es drehen und es es geht schwer es hält seine form und man kann es sogar auch so hin und her bewegen jetzt noch ich weiß natürlich nicht wie es aussieht wenn hier die ja an der oberschenkel dran sitzt wie viel platz man dann dort noch hat und zwar ist das ganze hier über diese zwei großen ball joints gehalten und das ding was man dort einsetzt ist folgendes wir haben also hier die technik achsen zwei stück durch mit jeweils diesen ganzen ja verbindern wie man sie auch immer nennt und haben hier ein drehteller drin mit jeweils ja noch mal zwei zahnrädern dran so und das ganze kann man jetzt in die runde drehen und ihr werdet jetzt sehen was passiert und zwar wandern die raus weil sie jetzt nicht gehaltert werden da kann man das sehen weil da so viel kraft drauf ist macht aber nichts weil das ganze jahr später oder jetzt gleich in der hüftschale sage ich jetzt mal verschwindet also das ist schon wirklich eine gut gemachte technik und das ganze drückt man dann hier rein ihr seht das ist gar nicht so einfach so und schon können die kugeln auch nicht mehr raus wandern und wir können das ganze drehen das ist schon wirklich und dementsprechend auch durch die ball joints natürlich noch mal ein wenig neigen also diese technik ist wirklich gut gemacht und das ist sehr viel versprechend dass das auch ein stabiler T-rex 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 Tyrannosaurus Rex oder eben ein T-rex sein wird wenn wir ihn dann fertig haben so und genau darum geht es nämlich wir wollen ihn fertig machen deswegen schauen wir uns jetzt mal an womit es bei Bauabschnitt 4 weitergeht und zwar bauen wir jetzt wo wir gerade schon drüber gesprochen haben die beiden dicken Beine jo das war der vierte Bauabschnitt da liegen die beiden Füße sie sind sehr schön gemacht von der Form her mir gefällt das richtig gut wir haben nur leider ein Fehlteil und zwar fehlt mir hier dieser 2x2 Slope der hier noch drüber gehört normalerweise sieht es so aus und da ist es jetzt so ist aber zum Glück nichts wo ich jetzt nicht unbedingt drankomme kein besonderes Luxus Teil dafür hatten wir einen Stein zu viel mit drin und einen in einer Farbe den wir natürlich hier gar nicht verbauen können das ist irgendwie so ein dunkelgrün ja das war das erste mal dass jetzt Teile auch übergeblieben sind allerdings auch ein Teil fehlte ja die Krallen sind ganz nett gemacht ganz simpel eigentlich sind hier sind hier mit diesen Dings und dann legt man diese aneinander und schon hat man eine eine große Kralle ansonsten ist der Fuß echt cool gemacht hier auch mit dieser mit diesen Zacken hier das ist schon schon cool so sieht das Ding von innen aus wir haben hier den Technik Brick der die Aufnahme an dem Rumpf übernimmt und dann hier oben diesen schönen großen runden Slope schön verfließt es ist ja sehr gut gemacht was ich hier dran geändert habe ist dieser Bereich und zwar laut Anleitung gehört einer mit der Schräge hier auch nochmal auf die Seite das sieht aber ein bisschen bescheiden aus ich finde das gibt so einen schöneren ja Übergang irgendwie so vom Muskel her sage ich mal als wenn hier plötzlich so eine Zacke drin ist deswegen habe ich die beiden ausgetauscht bei den Füßen und so rum reingebaut weil mir das optisch halt besser gefällt wenn ich hier das sieht sehr falsch aus sagen wir es mal so es sieht falsch aus ähm ja dann würde ich sagen gucken wir mal wie es aussieht und zwar kommen die ja jetzt hier dran wir haben also hier die vier Aufnahmen mit den Technikpinnen und das soll man dann jetzt hier dran machen jetzt muss ich mal an der Kamera vorbeischauen gucken wir mal gucken wir mal ob das klappt ja das klappt sehr gut und ist auch sehr stabil ja gut da haben wir jetzt natürlich diese Bewegung ist natürlich jetzt sehr stark eingeschränkt aber ansonsten geht es und das gleiche machen wir jetzt auf der Seite ja auch einmal das ist soweit auch okay jetzt kann man die so ein bisschen formen und was soll ich sagen er steht sogar schon also dann gehen wir mal ein bisschen weiter weg er steht schon ohne ja dass ich ihn festhalten muss steht auch recht stabil finde ich sehr cool sieht so ein bisschen aus wie so ein weiß nicht aber da sind die Augen ne wenn du das wisst ja sieht schon sehr spektakulär aus so ohne Kopf und ohne Schawanz ja hinten haben wir natürlich noch die Krallen die müssen auch so ein bisschen nach unten gebogen werden werde ich gerade so cooles Teil also gefällt mir richtig gut was ich hier jetzt bei den Bauschritten gemerkt habe ist dass man in der Anleitung teilweise wirklich so gut wie gar nicht erkennt ob es das schwarz oder das dunkelbraun gemeint ist ich hatte erst so die Befürchtung dass man zwischen dem hellbraun und dem dunkelbraun so ein bisschen Probleme kriegt ne anleitungstechnisch ist es das schwarz und das dunkelbraun das kann man in der Anleitung mehr oder weniger eigentlich gar nicht erkennen da kommt man aber anhand der Teilezahl eigentlich gut durch dass man dann sieht dass da eben das schwarze und dann später das braun hinkommt auch manchmal sieht man es wenn man vorblättert ähm ich zeige euch mal einmal gerade ein Beispiel wo mir das extrem aufgefallen ist und zwar äh ist es dieser Bereich hier da sieht man diese zweimal zwölfer Plates zwei schwarze und darunter die schon verbaute ist eine dunkelbraune ähm ähm und das sieht man während man das baut eigentlich so gut wie gar nicht weil da sieht man jetzt zum Beispiel das ist ein dunkelbrauner das ist aber schwarz so und jetzt sagt mir mal bitte wo ihr den Unterschied seht das ist übrigens auch wieder ein dunkelbraun und das ist hellbraun also da muss man dann schon so ein bisschen gucken und äh ja aber es ist ja nicht unmöglich ich hab's ja auch hingekriegt da sieht man dann den Unterschied dass die ähm das schwarz und der untere ähm brick dass der dementsprechend dunkelbraun ist und da ist aber zum Beispiel der zweier Stein ist nicht schwarz sondern der ist wiederum dunkelbraun also das ist dann schon ein bisschen kritisch äh kritisch kritisch mein Gott kritisch und ähm oder was heißt kritisch man muss einfach ein bisschen genauer hingucken und überlegen und dann kriegt man das aber auch gesteuert ja dann schauen wir doch mal an wir bauen jetzt mit Teil 5 den massiven Kopf und ja freuen uns dann wenn er soweit fertig ist also bis gleich ja das war jetzt der vorletzte Bauschritt Bauschritt 5 und wir haben den Kopf fertig also das ist ein tolles Ding das ist so meine Handgröße das ist schon cool ähm gefällt mir richtig gut richtig schön gemacht auch hier mit dem ganzen Zahnfleisch also mit dem fleischfarbenen inneren hier ähm total gut gemacht wir haben oben den Gaumen richtig wir haben hier die Zunge angedeutet die Zähne schön im Versatz zum zum Kiefer also dass das so konisch auseinander läuft richtig schön gelöst ganz ganz tolles Design ähm ja hier Augen die kleinen Plates sind bedruckt keine Aufkleber in diesem Set sehr schön als Vitrinen Set natürlich ein Traum wenn alles gedruckt ist ähm klar ist es nicht viel wir haben nur die Augen und die die Platte ich wüsste jetzt nicht dass noch irgendwelche Droge kommen ähm aber auf jeden Fall schön gelöst toll auch hier äh durch diese ja Öffnung von den Plates ergeben sich automatisch auch so ein bisschen gleich die die Nasenlöcher das ist eigentlich sehr cool cool durchdacht durchlöst äh gelöst finde ich finde ich sehr witzig ähm ja tolles Ding ja das ganze kommt dann jetzt mal ganz ein bisschen höher hier so und dann kommt das ganze hier mit dem Balljoin da dran so zack der hält allerdings das Gewicht nicht von alleine also da kann man sich nur für diese Haltung entscheiden klar wir können ihn natürlich jetzt auch noch ein bisschen so neigen wir können den Mund aufmachen nein okay ähm ja es ist mal wieder vollbracht ich lasse es drin ihr habt euren Spaß damit ich suche nun mal gleich meine Teile wieder zusammen na toll also wenn dann ein Teil fehlt kann ich nicht sagen dass es an der Firma liegt weil dann habe ich es wirklich verschlürt ja äh normalerweise hält er hier drauf aber ich habe natürlich jetzt Übergewicht mit dem Kopf ich lasse ihn jetzt mal liegen ähm ja schöne Scheiße gut ich mache dann mal mit dem nächsten Ballstep weiter also wir befinden uns dann hier in der 6 also das heißt wir machen jetzt hinten den Schwanz fertig und dann haben wir den T-Rex abgeschlossen also dann würde ich sagen bis gleich und ich suche gerade mal meine Steine wieder so Ende Gelände ich habe alle Teile wieder gefunden und mir fehlt nichts ich habe sogar was über das nennt man super Baustelle naja gut also das eine Teil dafür fehlt mir ja was ähm gut das sind also die einzelnen Schwanz Elemente ich habe glaube ich noch nie so schön Schwanz gesagt ähm wer viele Ball Joints und Slopes in diesen Tönen braucht und in Tann ja dem kann ich dieses Set nur empfehlen es sind immer vier Stück pro Einheit durchgehend von diesen Aufnahmen hier hinten wären es dann jetzt nur noch drei und so weiter und so fort also es ist reichlich ja die stecken wir jetzt einfach alle zusammen das geht relativ schwer das ist aber auch ein gutes Zeichen dafür dass man den schön in Position bewegen kann wie man ihn gerne hätte bitte es geht doch nichts über einen schönen steifen Schwanz oh nein Alex das kannst du nicht sagen so was bitte deck jetzt nichts Falsches oh lecko mio ey so damit jetzt habt ihr echt wieder euren Spaß erst schmeiße ich den ganzen Dinosaurier rum und dann komme ich auch noch mit solchen dummen zweideutigen Sachen hier durch die Gegend ja wie schön ist denn das ja cooles Ding also den kann man wirklich toll toll bewegen und sich da was schönes daraus formen ich finde das auch nett gemacht dass wir diesen Versatz hier drin immer haben also die gucken ja raus und die schwarzen sind ja versetzt da drin so haben wir halt ein schmales Spaltmaß und können ihn aber trotzdem noch einen gewissen Grad bewegen also das ist wirklich ganz toll durchdacht dieses Tierchen hier ähm jetzt pappen wir ihm mal den Ernest hier hinten dran ich hoffe ihr könnt nicht wieder lachen jetzt ich meine ich meine ich freue mich ja wenn ihr lachen könnt aber er muss ja nicht immer auf meine Kosten gehen ja ich glaube so sieht das gut aus so jetzt positioniere ich den ganzen mal hier auf seinem Brett also hier auf diesen Noppen kann man ihn so ein bisschen fixieren aber ihr habt eben gesehen äh halten tut das nichts das sollte dann schon möglichst durch sein ausbalanciertes Gewicht halten ähm den wir ihm geben mit dem Mann ist das ein Klopper ey der ist echt cool also ich muss ganz ehrlich sagen wo ich ihn hier vor mir stehen habe ich weiß gar nicht wann ich das letzte Mal so einen Spaß mit Dinosauriern hatte das gefällt mir gut der gefällt mir echt massivst gut der macht wirklich wirklich was her ähm ähm ein bisschen so meine lieben Damen und Herren ihr seht hier ist der Teile-Trenner ähm für die Leute die wissen das ist meine Hand also die verschwindet auch mal locker hinter dem Kopf wir haben hier eine massive große Tyrannosaurus-Rex-Echse kann man das so sagen? ich denke oder? total gut er ist halt komplett beweglich ähm ja man sollte ein bisschen aufpassen ihr habt's gesehen äh dass man ihn nicht gerade vom Tisch kickt aber er ist echt massiv total gut mir gefällt das Ding richtig ich hab echt Spaß mit dem Teil der hat Spaß gemacht zu bauen ähm ähm der Schwanz war jetzt ein bisschen ja ähm eintönig kann man auch nicht sagen weil jedes Tag immer ein bisschen anders ist aber es ist halt ja doof gesagt ne alles nur zusammengesteckt ja hier ist halt alles nur zusammengesteckt aber so sieht er aus und ähm er ist massiv groß er ist auch echt schwer also das Ding das wiegt bestimmt gefühlte oh anderthalb Kilo ein Kilo anderthalb ein Kilo bis anderthalb Kilo hätte ich jetzt getippt wie ich das gerät hier ja ihr könnt ja mal schreiben was ihr von äh Dinosauriern aus Klemmbausteinen halt vor allem wenn sie in meinen Augen wirklich so schön toll äh designt sind von der äh Figur von der Form her also ich finde ihn richtig toll gemacht er gefällt mir extrem gut ich hoffe dass da noch mehr von zu bekommen sind weil ich könnte mir vorstellen ähm dass das nicht mein einziger werden wird das ist schon eine coole Situation das Ding ein cooles Teil mal gucken vielleicht kann ich meine Frau ja überreden dass ich den vielleicht oben ins Wohnzimmer stellen kann na sind wir mehr ehrlich das wird nix ja gut ähm das war's mit dem Pandos äh Tyrannosaurus Rex der 61 101 als Setnummer 1000 äh was hatten wir jetzt gesagt 1821 Teile ähm ja da steht da tolles Teil ist auch ein toller Teilespender was eben mit den Farben und Slopesteinen und so weiter betrifft ist keine extreme bunte Seuche und dann eigentlich ist es gar keine bunte Seuche er ist durchgehend halt mit diesen Farben gebaut auch im Inneren und äh von daher kann ich ihn eigentlich nur empfehlen als ja Teilespender oder eben halt wenn man ihn so sich gerne als Dinosaurier Fan hinstellen möchte ich finde ihn extrem gut gelungen und mit diesen Worten gebe ich ab zurück ins Studio nein ähm Blödsinn ja ich äh mach jetzt Feierabend für mich war es das heute wieder mit Klemmen und äh ich freue mich wenn ihr nächstes Mal wieder mit einschaltet ähm ja lasst einen Daumen da oder ein Abo da wenn ihr nichts verpassen wollt auf meinem Kanal hier und äh ja in diesem Sinne denkt dran auch hier ist alles nur geklemmt macht's gut bis denn ciao ciao mit mit Untertitelung des ZDF, 2020